Ja, so kann es kommen. Vor dem Video vielleicht noch eine kurze Entschuldigung vorneweg. Ich hatte das Video bereits fertig gedreht, um dann festzustellen, dass der Akku vom Handy leider nicht ausgereicht hat. Das heißt, das Video war dann weg. Ich habe das Video dann ein zweites Mal gedreht und als ich fertig war, habe ich gemerkt, dass das Mikrofon nicht eingesteckt war. Das heißt, das Video ist komplett im Originalton von dem Xiaomi Handy. Deswegen bitte sorry für den Ton, wenn er nicht ganz so gut ist wie sonst. Ich denke, er wird ausreichen, weil ein drittes Mal das gleiche Video drehen habe ich jetzt echt keinen Bock. Viel Spaß bei dem nachfolgenden Video. Tschüss. So, nochmal. Servus miteinander. Heute das Thema Twizy billig, günstig, teuer. Ja, dazu habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und ich fange einfach mal ganz vorne an mit der Definition, ob ein Twizy billig oder günstig ist. Man kann sich ein Segway kaufen, so ein zweirädriges, völlig unbrauchbares Gerät für 7.500 Euro oder eine Harley für 35.000 Euro und dann fragen, ob das billig ist. Der Twizy kostet roundabout zwischen 9.000 und 11.000 Euro und das ist für ein Fahrzeug in der Größe mit Sicherheit nicht billig. Für das Geld kriegt man vollwertigen Renault Twingo oder irgendwas in dieser Größenordnung, aber es ist halt mal ein Kleinserienfahrzeug und die Dinger wollen halt bezahlt werden. Wenn man jetzt sich überlegt, dass man heute die Twizzys gebraucht in der Größenordnung, also gute gebrauchte, in der Größenordnung zwischen 3.500 und 4.000 Euro schon bekommt, da ist man in der Größenordnung von einem guten Elektrofahrrad. Also ich sage mal, ja, er ist nicht billig, aber er ist mit Sicherheit auch alles andere als wie teuer. Spielzeuge kosten halt mal Geld. So, jetzt überlegen wir uns mal, was hat der Twizzys so an laufenden Kosten? Wo zwickt es, wo tut es weh? Ein Thema, was man im Auge behalten muss, ist einfach der Akku. Der Akku wird im Regelfall normalerweise ja gemietet oder wurde früher gemietet. Dann sind die Kosten überschaubar oder besser gesagt kalkulierbar. Der Akku kostet im Regelfall um die 50 Euro im Monat. Das heißt, ich habe 600 Euro Kosten im Monat und weiß, mit diesen Kosten habe ich die nächsten, ja, solange Renault mitspielt, 10 Jahre, 15 Jahre, einfach eine klare Kostenstruktur. Ich brauche mir da keine Gedanken machen, ob ich den Akku irgendwann mal runterfahre auf halbe Leistung oder was. Ich kriege bei 75 oder respektive, da hat sich ein bisschen was geändert, 60 Prozent, je nachdem, kriege ich einen neuen Akku von der Bank oder einen neuwertigen Akku von der Bank. Das ist in der Miete beinhaltet. Ja, damit kann man die Kosten relativ gut kalkulieren. Die zweite Variante ist zu sagen, ich übernehme den Akku käuflich, was ich bei den meisten meiner Akkus mittlerweile gemacht habe. So ein Akku, ja, man muss ihn rechnen, wohl, es weiß noch keiner, es hat noch keiner versucht, einen Ersatzakku zu kaufen, weil der Kaufakku jetzt zu wenig Leistung hatte. Ich gehe davon aus, dass er sich irgendwo bewegen wird, ja, wahrscheinlich um die 4.000 Euro und in etwa 100.000 Kilometer hält. Das heißt, wir können da von roundabout 4 Cent ausgehen, was der Akku in etwa an Kosten verursacht pro gefahrenen Kilometer. Dazu würde ich nochmal ungefähr 2 Cent Strom rechnen, die auf den Kilometer dazukommen, um einfach mal so eine Größenordnung zu haben, wo bewegt sich denn die Kilometergrenze. Was beim Twizy relativ günstig ist im Vergleich zu einem Motorrad oder einem PKW, das ist der Service, so man ihn denn machen lässt. Also so ein normaler Service kostet beim Twizy zwischen 50 und 90 Euro in etwa. Das liegt daran, dass da halt kein Ölwechsel gibt und kein Filterwechsel und kein Zündkerzenwechsel, das hat er halt alles nicht. Das läuft letztendlich auf dem Handauflegen raus und das war es dann. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist das Thema Bremsen. Wer einen Twizy hat und nicht selber schrauben kann, gar nicht selber schrauben kann, der hat unter Umständen, gerade wenn man ihn ganzjährig fährt, ein relativ schnell ein finanzielles Problem an der Backe. Die Preise, die Renault da aufruft, sind schon herb. Also ich sag mal, da sind 1.500, 2.000 Euro als Reparaturpreis für die Bremsen gleich aufgerufen. Ob es die braucht oder nicht, da habe ich meine eigene Meinung dazu. Ich habe ursprünglich immer gedacht, Renault zieht dort seine Kunden ab oder die Autohäuser ziehen ihre Kunden ab. Ich bin von der Meinung ein bisschen weg. Ich habe vor kurzem bei meinem Renault Master, das ist so ein großer Transporter, mal die Bremsbeläge hinten gewechselt und habe mir dann die Bremsscheiben angeguckt. Das sind solche Brackel, so dick sind die. Wenn ein Renault Mechaniker den ganzen Tag mit PKWs zu tun hat und den ganzen Tag mit Bremsscheiben zu tun hat, wo die dünnsten 2,5 cm dick sind und hat dann so ein Twizy auf der Bühne und sieht da Scheiben mit 4, bissel was Millimeter, was völlig im grünen Bereich ist, dass der natürlich sagt, um Gottes Willen, da brauchen wir neue Scheiben, kann ich bis zu einem gewissen Grad jetzt wirklich verstehen. Es ist dann halt Unwissenheit, nichtsdestotrotz nicht schön. Dass die Scheiben halten können, sieht man bei meinem Orangentwizy, also meinem Haupttwizy. Der hat jetzt rund 90.000 km drauf und fährt noch mit den ersten Scheiben. Ich hatte die Hoffnung, nicht die Hoffnung, ich hatte die Befürchtung, dass beim TÜV vor 4 Wochen unter Umständen jetzt langsam an die Grenze kommt. Ich habe dann die Scheiben nochmal mit Schieblehre rausgemessen. Ich bin nach wie vor 3 Zehntel über Mindestmaß. Also er wird jetzt nochmal halten bis zum TÜV 2022. Dann habe ich so ungefähr 110.000 km drauf. Und wenn man dann mal neue Scheiben rundum braucht für ca. 1.000 Euro, ich glaube nach 110.000 km und 10 Jahren, da brauchen wir nicht diskutieren, ist es völlig okay. Die Bremsbeläge sind mit das Einzige, was es für den Twizy im Drittmarkt gibt. Die kosten dort einmal rundum ums ganze Auto irgendwo zwischen 30 und 50 Euro. Das ist auch zu vernachlässigen. Die Lebensdauer der Bremsbeläge ist im Regelfall ca. 20.000 km. Bei mir persönlich ist es ein Jahr. Das hat den Hintergrund, weil ich die Bremsrevision selber mache. Dazu gibt es hier ein Video, wie man die Bremsen machen kann. Erstmal das Video vorne. Die Bremsrevision dazu braucht man keinen Raketentechniker. Da braucht man einen Nusskasten und einen Schraubenzieher. Und dann ist das Thema an sich keine große Sache. Es ist wichtig, die Bremsen einmal im Jahr durchzugucken. Denn die Bremsen sind entwickelt, ich sage mal, für Südspanien. Also sprich, never ending Sommer. Und ganz bestimmt nicht für unser Wetter, Regen, Salz und Schnee. Wer bei uns den Twizy ganzjährig fährt, der ist gut beraten, seine Bremsen einmal im Jahr vorsichtig durchzugucken. Da gibt es noch ein paar Themen dazu, was Bremsersatzteile angeht und sowas. Guckt da bitte einfach ins Twizy-Forum. Das Twizy-Forum verlinke ich euch auch hier mal. Da gibt es weitere Informationen dazu. Ja, bei der Hinterachse sind die Bremsscheiben, sofern sie dann mal fällig sind, ein bisschen teurer. Ich glaube, die kosten so, beide zusammen um die 400 Euro. Das liegt daran, dass man den ganzen Achsschenkel mit austauschen muss. Also da gibt es nicht nur die Bremsscheiben einzeln, sondern da ist noch ein bisschen mehr mit dabei. Gut, auch das ist bei 100.000 Kilometer Lebensdauer verschmerzbar. Wie man die hinteren Bremsen austauscht, zeige ich euch hier. Ja, was haben wir sonst noch? Es gibt dann noch ein Thema beim Twizy. Das ist relativ ausgestanden mittlerweile, weil einfach die 2012er Twizys mit den Ladegeräten, die kaputt gegangen sind, schon die meisten kaputt sind. Aber es ist immer noch so, dass das ein oder andere Ladegerät beim Twizy stirbt. Die Ladegeräte 2012 sind damals wie die Fliegen gestorben. Also rund ein Viertel, sagen wir mal, aller Ladegeräte ist relativ schnell kaputt gegangen. Renault war dort sehr, sehr kulant, hat also bis zu einem Alter von fünf Jahren fast die Ladegeräte in der Regel kostenfrei getauscht. Das hätte ich bei VW mal sehen wollen, wenn da was nach fünf Jahren kaputt geht. Jetzt mittlerweile, nach acht Jahren, brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ein kleiner Lichtschein am Horizont hat sich gebildet. Es gibt mittlerweile einen Reparaturbetrieb, oder sogar zwei, der die Ladegeräte repariert. Ob er sie nur dann reparieren kann, wenn auf der 12-Volt-Seite was nicht mehr klappt. Also in der Regel gehen die kaputt und laden dann die Batterie nicht mehr, die kleine 12-Volt-Batterie. Da ist die Reparatur wohl mehrfach erfolgreich durchgeführt und die wird wohl auch mit Garantie ausgeliefert und kostet so runderbar 400, 450 Euro. Also ist alles soweit okay. Es gibt aber auch den Fall, dass solche Ladegeräte richtig kaputt gehen. Und die sehen dann aus, wenn man sie aufschraubt, wie die Altstadt von Aleppo. Also das ist wie ein Bürgerkrieg. Da drin sind nur noch schwarz und zerfetzte Teile. Ich denke, so ein Ladegerät ist höchstwahrscheinlich nicht mehr reparabel. Wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, die Ladegeräte, wenn man die beim Renault-Händler tauschen lässt. Lasst euch einen Kostenvoranschlag machen. Im Normalfall wird sich der bewegen beim Ladegerät. Wenn ihr kein gebrauchtes oder keins einschicken wollt, sondern ein neues kaufen wollt, das Ladegerät ist zwischen 800, 900 Euro ungefähr. Und der Einbau im Normalfall so eine Stunde eineinhalb, also zwischen 100 und 200 Euro maximal. Es gab wohl schon im Forum einige Kostenvoranschläge, wo der Einbau mit 400 Euro oder 500 Euro Kostenvoranschlag bedacht wurde. Wie lange es wirklich dauert, so ein Ladegerät ein- und auszubauen, zeige ich euch hier. Ich behaupte, da 400 Euro dafür zu nehmen, das grenzt haarschhaft am Betrug. Also das ist Abzocke pur. Dass die Renault-Händler nicht die 15 Minuten als Standard nehmen, die ich jetzt gebraucht habe bei dem Ladegerät austauschen, sondern letztendlich, die müssen einen Auftrag schreiben, die müssen den Arbeitsplatz entsprechend herrichten. Die haben Auflagen für Elektroautos, den Arbeitsplatz abzusichern. Die müssen hinterher eine Probefahrt machen, die müssen eine Rechnung schreiben. Das kostet alles Geld. Also wenn ihr irgendwo eine Stunde rechnet, ist das völlig okay. Eine halbe Stunde für das Ganze, brums, brums, außenrum. Und eine halbe Stunde fürs Arbeiten. Nicht immer gehen die Stecker gleich auf Anhieb auf. Also alles das ist okay. Und eineinhalb Stunden sind auch noch im Rahmen. Aber 400 Euro fürs Austauschen von einem Ladegerät bei einer effektiven Arbeitszeit von gut 15 Minuten. Also das ist eine Unverschämtheit. So, ja, das war jetzt so in etwa das Thema Twizy. Ob er billig ist oder teuer oder günstig. Also für mich ist der Twizy eine extrem günstige Möglichkeit. Eine individuelle Mobilität zu erzeugen. Ja, ich möchte auf meine kleinen Babys hier nicht mehr verzichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.